Hello, hier sind meine persönlichen Favoriten in unserem Van. Beginnen wir mit den Schwerlastschienen. Daraus haben wir uns unter anderem einen Tisch gebaut, mit dem wir eigentlich die ganze Zeit kochen, gerade für kleine Vans mega praktisch. Die tragen 200 Kilo, also kann man theoretisch auch drauf sitzen. Das nächste ist unser Kühlschrank. Der ist von Create in so einer super schönen Retro-Optik. Bisschen Ästhetik muss im Bus halt auch sein. Da passen 48 Liter rein und so sieht das Ganze aus. Dieser kleine Freund hier ist auch einer meiner Favoriten. Die Disco-Kugel kreiert bei Sonnenauf- und Untergang einfach so ein schönes Licht und damit aufzuwachen ist jedes Mal ein Highlight. Ich wollte unbedingt einen Spiegel haben, weil es den Raum vorgrößert und mehr Licht reinholt, aber irgendwie spiegelt es nicht so richtig, deswegen machen wir das nochmal neu. Dieses Kissen ist ein krasser Gamechanger, gerade für kleine Vans, denn du kannst aus dem Kissen eine Decke machen, die auf der einen Seite flauschig ist und auf der anderen Seite glatt. Ich habe euch den Namen mal eingeblendet und ich würde honestly nicht mehr ohne reisen.